Ich bin der Geschäftsführer und Küchenchef vom Vital Hotel Alta Mayerhof in Glücksburg. Ich bin heute bei den Möweger Werkstätten in Glyngöre, hier in der Holzproduktion, was unheimlich spannend ist und für mich ganz neu ist. Ich bin von der Brondel und bin hier im Alta Mayerhof. Hier rein zu gucken und dann hinter den Kulössen zu gucken, wie das hier abläuft in so einem Hotel. Und das ist schon sehr interessant. Ich bin um neun angehört, neun war ich hier und dann bin ich mit der anderen Dame durchs Hotel gelaufen, Minibars studiert, aufgefüllt und gucken, was noch kommt jetzt noch hier. Meine Aufgabe ist es heute, hier bei der Holzproduktion mitzumachen und ich freue mich drüber. Maschinen bürgen natürlich immer Gefahren auch dabei. Es ist ein hoher Lärmpegel, also es ist gefragt, eine hohe Konzentration zu haben. Mal andere Unternehmen zu sehen, wie die arbeiten. Wenn ich im Hotel bin, schicke ich ein und dann bin ich im Hotelzimmer und dann checke ich aus und ich weiß nicht, was im Hintergrund passiert. Klar, vielleicht kann man sich dann bei der Arbeit wieder neu einbringen. Wieder was Neues mitzulernen oder Erfahrungen mitzunehmen für den Alltag bei uns. Ich finde so eine Aktion immer toll. Ich finde, es ist auch eine Pflicht, da mitzumachen, auch zu sehen, was machen andere Menschen, wo arbeiten andere Menschen, damit man auch einfach eine Verbindung schaffen kann. Also ich würde den Tag gerne Leute, auch andere Leute, auch andere Kollegen empfehlen. Wenn das ausgeht, bin ich gerne wieder bereit.